Hey Leute und willkommen zur achten Folge Arc Extinction. Die Folge heute wurde relativ spontan aufgenommen und zwar haben wir gestern Abend im Stream einen lila Drop gefunden. Den hatten wir vorher noch nicht gesehen, der scheint wohl höher zu sein als ein roter Drop. Und zwar funktioniert der ganz anders. Dort spawnen nicht nur wie bei jedem anderen Drop, wenn ihr jetzt schon mal bei mir vielleicht im Stream oder bei anderen Leuten gesehen habt, fünf Wellen von Viechern, die dann nach und nach ankommen, die dann je nach Dropwertigkeit unterschiedlich stark sind. Also blauer Drop, gelber Drop, roter Drop bisher. Jetzt sind wir eben bei lila. Sondern hier spawnen bisher noch unbekannt, also uns unbekannt, x-beliebig viele Wellen von Viechern. Und man kann sich irgendwann entscheiden, diesen Drop einfach zu öffnen. Ich muss direkt vorweg sagen, leider, leider, leider hat Argonz mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht und ist bei Welle 14 irgendwann abgebrochen, beziehungsweise unser Survey ist da gecrashed. Dementsprechend werdet ihr jetzt sehen, wie ich, eigentlich bin ich nur relativ spät dazugekommen. Da waren wir bereits mit Welle 5 durch. Ach ja, und übrigens nebenbei, wir machen den mit drei Titans zugleich, plus ein Giga und ein High-Level-Spino. Bedeutet, von drei Richtungen kommen Tiere, jeweils alle drei Titans auf dem Server haben sich dort versammelt. Wir wollten uns den Loot dann teilen. Zwei, drei Randoms fliegen zwischendrin her und healen uns immer wieder hoch. Und ja, will ich gar nicht lange schnacken. Ihr seht im Hintergrund gerade schon die sechste Welle am Durchlaufen. Und im Anschluss, nach dem Lila-Drop, ich werde das jetzt ein bisschen zusammenschneiden. Ich muss gucken, wie das wird. Wie gesagt, das ist jetzt gerade relativ spontan. Werdet ihr noch sehen, wie wir die Element-Noodles machen. Das sind die etwas komisch aussehenden Dinger, die aus dem Boden sprießen, wo man Element droppen kann. Die jetzt eine lange Zeit deaktiviert waren, weil die dafür gesorgt haben, dass Basen despawnen. Die sind jetzt wieder aktiviert und wir haben direkt ein, zwei davon abgefahren. Also, viel Spaß bei dem Video. Hör rein. Ja, Arzüge sind ja. Dann darf man nicht vielleicht wirklich nur einfach nicht schlagen. Ja, groß, mach am besten mal den Drop-Support. Ja, groß, mach am besten mal den Drop-Support. Ja, groß, mach am besten mal den Drop-Support für alles. Ja, ich habe gestern mehr Spaß mit dem Frost-Zeit. Äh, ja. Packt halt ab, dass er jetzt hier schlägt. Picks, bist du cool? Ja, auf jeden. Haha, geil. Halt, hat nicht viel Damage, ey. An Alpha-Rex ist mir vorbeigelaufen. Geil. Das stimmt beide hinter dir aus. Alter, du Arsch. Nein. Wir einfach direkt zum Drop-Locken. Hm, ja, probier mal. Das wird den Drop-Front nicht one-hitten. Du sagst dir ja. Nee, der Drop hat auch durch den Frost keinen Schaden gekriegt. Okay, nice. Also im Zweifelsfall, wenn hier übel was abgeht, können sie dich auch kurz umdrehen und zähdrücken. Ja. Ich bin Haar-Fleiber, ja. Aber wirklich nur übel was abgeht. Ja, also ich habe jetzt, gut es geht eigentlich, ich habe jetzt die Wände in nur so 4k verloren. Ey, wie er umgefallen ist. Ey, Leute, das sah eigentlich komisch aus. Aber umgeklappt. Ich bin der Weint, geht los. Äh, da ist, okay. Ich finde es ja eigentlich ganz lustig, dass ich auf einmal Black Screen 8 bekommen habe. So, Pigs, kriegst du jetzt Helmsklamm da mal gehalten? Also irgendwie nicht. Alter, ihr hättet nicht. Warschloch. Warschloch. Naja. Bisher ist diese Wände nichts besonderes, außer dass die Viecher jetzt plötzlich über Level 500 auch sind. Das Ding ist halt, was soll halt... Okay, gut, es kommen wahrscheinlich kein Gigas, aber... Nein, nicht brennen! Das Ding ist halt, selbst wenn Gigas kommen so, ich glaube, das macht jetzt nicht so den Unterschied. Außer die haben jetzt auch noch Dodge-Schaden reingeliegt. Ähm, es können auch noch Todesrömer können kommen. Also Pigs, ne, ich möchte mal behaupten, bei dir kommt am meisten durch, ne? Ja, Gato, ich kann nicht schlagen, Digga, was soll ich machen? Oh, Pigs, regt meine Taste. Ey, was soll denn das jetzt? Also wenn du aber schon die Viecher nicht abhältst, dann könntest du die halt wenigstens einfrieren. Oder du kannst ja da einfach einfrieren. Jetzt müssen wir tatsächlich ein bisschen viel schlagen hier hinten, muss ich sagen. Wie geht's hier AP-technisch? Ja, ich bin noch gut dabei, ich knock die schön weg, aber... Es ist trotzdem recht, recht viel, was ihr dort habt. Und zum Glück noch einige Trikes dabei. Okay, den Viecher vermissen, den wieder irgendwie verparkt. Ich suche für euch was weg zum Grillen. Da kommen wir einfach noch fucking nie, was immer noch. Was? Was geht denn zu deinem Drop, oder soll ich denn? Am Drop geht klar. Kannst du vor der Zeit noch rüber gucken? Auf einmal ist ein Trike weg. Ja. Ich hab ihn weggeschraubt. Ja. Ich hab ihn weggeschraubt. Ja, also, wie gesagt, es kommt halt voll auf den Loot an, so. Also, mal so als kleines Beispiel, wenn jetzt da irgendwie 2000 Element drin sind, so. Dann, keine Ahnung, man teilt es durch 3, dann hat halt jeder irgendwie zu 600 irgendwas. Ich finde, dann kann man gut und gerne mal jeden, der jetzt hier hingeht, irgendwie auf jeden Fall 100 abgeben. Da rechts kommt ein Alpharex-Doost. Von uns her. Äh, Rapid, äh, Kittenpicks, mein Gott. Einmal alle Drive-Member-Namen durch und dann vielleicht den richtigen. Ich weiß halt nicht, was wir mit den Ice Titan gemacht haben, mit dem irgendwie verkackt. Ich sag, du hast verkackt. Ja, viel Spaß. Probier mal mit dem zu werden. Er schlägt halt nicht. Ich sitze jetzt gerade auf meinem Gründeten-Spiel. Und ich kann halt nicht zu dumm sein, um irgendwie zu schlagen mit dem. Hm. Ey, war wir das mal hier? Ist schon eine Herausforderung. Äh. Ja, es gibt einen goldenen Drop, aber der ist weniger stark als der hier. Du kannst währenddessen Force-Feed mal dabei, ne? Also, es sind quasi drei Drives, die hier mit Eulen helfen und dealen. Die können ja gleich was sagen, was sie brauchen. Wie zum Beispiel... Oh, Leap, zu denen ist gerade eine Ruhe angekommen. Ja, dann sollen sie fliegen halt. Los! Die können wegfallen, wir waren. Ohne Probleme, wenn die richtig speeden. Komm mir lieber helfen, sonst kipp ich hier gleich weg. Ja, okay, ja. Ja, ja. Ich dachte, ich kann die Alpharex mal eben schnell, aber das war halt halbmal wieder voll nicht. Alter, wir sind schon bei fucking Wave 9, Alter. 9. Äh, ich bin verätzt. Das ist ja ätzend. Okay. Na, geht bei euch diese Verätzung auch manchmal an, aus, an, aus, an, aus? Ne, die sind einfach alle drin und laut. Ah, das ist genau dort, wo ein Reaper-King getötet wurde. Ach so, okay, dann bin ich da stark gelaufen. Okay. Okay. Ah, genau. Nein, ich versuch da irgendwie hinzukommen, aber der Reaper-Stuck den Männer fressen. Ich kann aber meinen, die Wirvern kommen zu mir. Burn, burn, burn. Ich renne mit der Venom im Kreis. Nice, sehr gut. So, Reaper-King hab ich rausgegrabt. Der Alvern hoffentlich auf gleich. Mal, ja. Der Wirvern ist tot. Ja, mit seinem Arm, ey. Ja. Also, ich finde nützlich. Schmeiß die Trikes in die Gegend. Oh, dude. Grab die ganze Zeit. Der Fickert ist so hoch, oder leg das Dino-Level. Also, ich finde die Fähigkeit sehr nützlicher, um Viecher vom Draht-Pack zu bekommen. Ja, das stimmt allerdings. Ich beiß mal kurz an deinen Full-Specs. Ja. Ich lag lieber nix hier im Set. Da oben kommt die, versuch mal die Wirvern direkt zu Hitten-Picks. Komm, wir da einfach rechste. Und jetzt schlag sie tot. Ja, hinter dir aus. Press Steiner Warstow. Links von dir kommen Wirvern. Na ja, sehr gut. Leul, auch eingefroren. Sehr schön. Muss noch mal gucken. Den Rechtsklick, glaube ich. Der hat keinen coolen. Den kannst du sogar spüren. Ja. Versuch jetzt mal raufzuschwenken. Alter, diese fucking Wevern. Okay, endlich ist es ein Dauern. Die hätten mir schon wieder gar nicht mal so viel Schaden gemacht. Ja, nice. Da ist schon wieder eine. Wenn die Wirvernzeit nicht irgendwie... Aha, Wevern. Was machst du jetzt? Ich würde mich gar verstehen. Im Kreis schlägen, warum? Ne, ich meine die eingefrorene. Ach so. Ihr Picks, du kannst eventuell nochmal die hier an der Seite ein bisschen hitten. Ich pull die dir nochmal ein Stück zurück. Ich pull die dir nochmal ein Stück zurück. Der war über 500. Es ist aber echt komplett löchern. Doch, da kommt ein Rage Wax zu dir. So brav. Und au. Von da. Alles klar. Der Verrückte ist da eigentlich gerade mit seiner Tech-Rüstung in den Rage Wax reingeflogen. Marven Deutschland. Und trinkt nebenbei Wodka Bullen 50-50 Mische. Hi. Ich habe mich nicht vollständig, dass ich das war. Ich glaube der eigentlich hat gesoffen. Ich glaube der eigentlich hat gesoffen. Ich glaube der eigentlich hat gesoffen. Oh Mann ey Ghost. Jetzt ist aber alles. Also, ne. Das darf ich jetzt lustig sein. Bleib mit Spaß, der hat mit Stein zu und der kann nichts machen. Mehr Alkohol. Wie speist du denn jetzt zurück? Das ist bei mir ist nichts mehr. Kurz irgendwie Hilfe. Ja, gut ist er. Wir haben mal random zwischendurch so ein 50er Dilo angelaufen. Kommt, das ist eigentlich auch ganz lustig. Wie mein Giga halt mittlerweile auch einfach 1,8 Millionen XP hat. Chloe. Oh, dein Rage Wax hat... ...Würfeangriff überlebt. Hat den Wuch überlebt. Gold findest du das lustig, dass dein Giga halt so viel hat. Da kommst du wieder her. Ich hab dich halt öfter. Und jetzt schmeißt du ihn uns wieder entgegen. Alter hast du noch ne Hort. Die gönne ich mir. Dann haben wir auch mal was cooles. Oh, es lebt noch einer. Oh, wie der Rex. Ich sünde, er kann einfach... Vor allem einfach, da steht ja auch noch das Level dran, alter. 509, easy. Ist der da hinten auch am Leben oder packt der nur um? Hab ich nach 10 Beinen auch aufgefangen. Leu, was geht mit dem Kahn, oder? Kleiner war mein. Banner Fireworks ist vermutlich das letzte Feech. Gartu, du siehst schon fancy aus. Ist das so ein Sonnenschirm, oder? Ja, ich bin zu warm. Kann ich verstehen, ist mir auch zu warm eigentlich. Also man kann, hier steht am Drop, man kann diese OSD-Defense beenden. Und ich vermute mal... Ne, lass nicht beenden. Ja, lass nicht beenden. Dass du mehr Wellen schaffst, desto besseren Loot bekommst. Leu, wir machen so viele Wellen, wie wir machen können. Und wenn die Titans sterben, der Loot ist es... Ne, aber... Ohne Scheiß, lass mal wirklich so viele Welle machen. Ja, vielleicht ist der Drop halt... Der Drop kassiert halt pro Welle immer ein bisschen. Ja, also lass, wenn er 20k hat oder so beenden. Nein, 10. Dann sterbe ich kurz und spawnen wir danach. Äh, ja, dann lass mal kurz den Rockdrag hinleben. Scheiße, dann lass ich ihn wieder recht und Alkohol. Na, Rockdrag, komm mal her zu mir. Ja, damit. So Leute, ich melde mich an der Stelle nochmal ganz kurz aus dem Schnitt. Ihr habt gesehen, da kommen Tiere teilweise über Level 500. Also, natürlich ist es ein kleiner Overkill, da mit drei Titans anzutanzen. Allerdings muss man noch sagen, der Drop wird halt immer besser, je mehr Wellen man schafft. Von daher sind so ein paar Titans gar nicht mal so schlecht gewesen. Ähm, ich spule jetzt mal ein kleines Stück bis zum Ende vor. Denn wie gesagt, leider ist uns der Server kurz vorher gecrashed. Ich wollte euch auf jeden Fall einfach nur mal zeigen, wie quasi so ein Drop funktioniert. Und wie tatsächlich auch der lila Drop funktioniert. Die normalen Drops hören nach fünf Runden auf. Ich persönlich empfehle euch, wenn ihr nicht gerade einige Leute seid und ein paar richtig gute Viecher habt. Ähm, lasst die Finger von dem roten Drop. Der ist nämlich wirklich nicht ohne. Da sind die Tiere bis zu Level 300. Und so ein paar Wyvern und Rexe machen dann doch schon ganz gut Schaden. Ähm, und die Spinos auch noch. Ähm, also da empfehle ich so vielleicht sechs Leute und solche Spinos in der Art, wie ich sie habe, vielleicht noch einen Juti dazu. Damit könnt ihr es vielleicht schaffen. Und nehmt auf jeden Fall ein paar Eulen mit, damit ihr euch heilen könnt. Ähm, wir sehen jetzt gleich nochmal kurz das Ende, wie wir dann wegcrashen. Also ihr hört es gerade, oder ihr habt es gerade gehört, dass wir ziemlich greedy waren und gesagt haben, wir machen so viele Wellen, wie wir es schaffen. Ähm, hätten wir vielleicht mal irgendwann früher abbrechen sollen, einfach mal um zu gucken, was rauskommt. Ähm, sollten wir nochmal einen finden, zeige ich euch da nochmal das Ergebnis. Was dann tatsächlich mal rausgekommen ist, aber nach dieser Szene kommt dann quasi nochmal die Elementnudels. Gut, viel Spaß beim weiteren Video. Was machen wir eigentlich, wenn wir irgendwann bei Welle 30 sind und der immer noch nicht mehr Leben verloren hat? Machen wir weiter. Weiter machen wir. Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwo mal aufhört, dann auch bei Welle 25 vielleicht oder so. Keine Ahnung. Kann ich mir ja nicht zuschlagen, bitte. Danke. Irgendwann kommt hier einfach... Ich sag, irgendwann spawnt gleich einen Titan oder so. Der auf uns zukommt. Corrupted Titan oder so. Nein. Nein, dann. Iron? Mhm. Hol dir Alkohol. Nein. Gerade. Der durch mal vor. Man kriegt einfach, wenn man den unendlich lange macht, da haben wir endlich Loot. Also die geben einem einfach so Element. Das ist einfach ein unendlicher Stack. Hättet du mal die Weibahn. Und dann kriegst du einfach wieder was drauf. Ich krieg die Weibahn direkt und endlich überladen. Aber am Ende schieben wir fest. Der gibt irgendwie so 200 Element oder so. Und den Drops wurden auch genervt. Dann glaub ich, krieg ich aber richtig heftig skotzen. Ich weiß nicht, was Ghost eine Vorstellung hat. Ja, aber der ergibt sich auf jeden Fall härterer Sachen, als ich mir gebe. Er ergibt sich hier Twitch oder so. Wie das heißt. Kann das sein, dass der Server lag? Ja. Ja. Ja, nein, Digga. Wenn der jetzt da ist, dann haben wir ein Problem. Wenn der Server down ist, dann bin ich echt... Dann ist der Drop auch weg. Dann bin ich safe down. Wo ist mein... Ach, da ist mein Ladekabel. Hey. Moin. Ja. Ja. Digga, ist das nicht. Nein! Nein! Vor allem, fallen wir jetzt von unseren Viechern hier runter und werden alle gegessen. Ich war noch hier. Ich war noch neutral. Ja. Mein Ziton. Naja, er hat sich gelohnt für die Alkarexhaut. Wir waren doch jetzt am Anfang der Rolle. Ach, wir waren zu gierig. Da ist mein Armat, äh... Scheiß, der Technik ist super. Ja, Drop ist weg. Bitte? Ja. Also, ich würde hier im Wasser bleiben, tatsächlich, ne? Also, wer auch immer hier steht. Ja. Also, ich geh bis weiter hoch, ja. Da, wo halt das Gerippe ist, da ist halt Party, ne? Ja. Genau da. Ja, ich weiß. Ah, 170er Trikes. Also, wenn jetzt hier ein paar Reckse und so gleich kommen und vielleicht noch eine wivern. Wobei, theoretisch dürfte ich ja nicht angezündet werden, wenn ich mit dem Arsch im Wasser stehe, oder nicht? Eigentlich nicht, glaube ich. Ah, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich hab im Süden bisher noch gar nichts zu tun. Danke dir. Also, das ist relativ entspannt, tatsächlich. So, ich würd's nur kurz schauen, was das für ein Dropdown ist. Ich mach schon. Wenn du da bist, ist es morgen. Äh. Wobei, das zwei waren. Sie leben halt auch nur noch zwei Hostiles. Eben. Deswegen bin ich auch zur Wurzeln gekommen. Da kommt der Sand heute und rettet sich wer kann. Wir haben halt noch ein Element Kacke danach zu machen, ne? Das ist ein Blauer. Das ist halt noch ein Weg zur Base. Alter. Werd los. Vor allem ist hier halt ganz direkt an der Border. Am Drop ist einer direkt dran einvieh. Wann nicht rein stampfen dann jetzt? Ja, warte. Ich fliege da rein und schieße es tot. Dann auf zu dem Geräte. Ja, ich schieße auch mal gegen. Wo ist das auf eurer Seite? Ja. Der Desert Titan müsste auch in der Nürung springen. Ich bin direkt da drüber. Der Desert Titan ist doch schon dort. Bei der Limit Note. Oh. Komm mal runter, Flex. Okay, der Spieler macht mir gerade 36 Damage. Okay, der Spieler macht mir gerade 36 Damage. Nein. Diesen mussten wir ausgerechnet den Lama schicksten zu Tarnern nehmen. Weil ich den cool fand. Aber ich hab dann doch den coolsten gehalten. Ja, ich meine, der schaut schon recht cool aus. Ja, cool. Ja, genau. Ja, Glut ist halt schon ein neues. Also, von dem her. Ich meine, wir haben halt Bigfoot so. Also, ist auch okay. Ja, es kann doch nicht sein, dass die Dinger... Also, das... Seid ihr sicher, dass das ein schwerer... Jungs, ja. Was soll ich machen? Ich kann nicht alle gleichzeitig töten. What the fuck, Alter. Ja, ich kann da jetzt genauso wenig rein gehen und voll rein schlagen. Aber... Seit 30 Minuten noch 5 Minuten. Nice. Können wir jetzt hier noch einen gebrauchen, der hier Pics am Novella vielleicht abnehmen. Weil meine Welle war halt... Beim Spawn hab ich die getötet einfach schon. Das kann ich machen, so wenn ich dann bin. Ja, bis morgen. Ja. Ja, klasse, Leute. Nicht so geil jetzt. Ich kann vielleicht noch ein bisschen mithelfen. Ich hab noch einen Reichsen in der Tasche. Bis zum ganzen Elementen zu den Park. Ich muss jetzt leider mit auf die Dinger hier schlagen. Ich versuch's, so gut es geht. Ach so, ja, dann... Aber... Komm mal ran und schieß mal rein. Oh, geil. Dann bleib ich ja Giga. Der ist sogar nicht kacke im Leben. Dann 100er spielen Rohr ausfalt auch nicht erschießen unbedingt. Überhaupt nicht. Ja, Pics, du solltest vielleicht ein bisschen... Du, Nid ist halt jetzt... Nid ist halt mit dem Giga alles rum. Normal hättest du noch den Lecker entpacken können. Den Goku. Ja, das ist ja. Ich sag halt, ich mach's gerade und Pics rennt halt alles über den Haufen. Ja, jetzt ist RIP. Jetzt ist Pics Seite quasi schon im Arsch. Jetzt kommen sie bei mir gleich auch durch, wenn ich Pech habe jetzt hier. Ja, bei mir kommen halt viel zu viele Fücher. Auf dem hab ich schon mal einen Deiner Max verloren. Deswegen nicht nochmal. Jungs, ohne Witz. Na, ich brauch hier einen. Ja, ist... Ja, ist... Da nimmt sie zur anderen runter. Weiter, wir laufen wieder alle durch. Jetzt drücken, Magnet. Und bei der... Bei der Element... Bei mir ist jetzt eine Wirrbahn. Also ich komm halt zwar mit meinem Zeug super klar, aber... Ja, ich auch. Aber es sind halt zu viele. Ja, ich kann auch nicht rüber gar nicht rüber. Ich soll nicht vorbeikommen. Hm... Joa, also ich mein, die andere Möglichkeit ist natürlich, dass man sagt, man scheißt auf so ein paar Außenknoten. Oh, und Hauptsache man kriegt das Ding in der Mitte so. Ich glaub, das Ding in der Mitte kann man sowieso nicht schädigen, oder? Ja, wenn also... Wir hauen das schon drauf. So, bei mir ist alles so cleart, ich komm wieder rüber. Die Wellen, die können das schon beschädigen, aber wir selbst nicht. Das ist halt der Unterschied. Ich find nicht so geil, dass der Hauptknoten so hardcore gehittet wird, irgendwie. Und der droppt halt nachher richtig geil. Die Blocks regeln halt den Rest, ne? Hm, ja, schon wohl nicht. Ich könnte das, was ankommt, verlangsamen. Oder festhalten am Punkt. Ja, aber wir wissen nicht, ob dieser AC-Angriff auch Schaden macht. Ne, der macht nur Schaden direkt vor mir. Okay. Wir fangen mal die Kills vor dem Nase klar. Da kommt noch ein Racer da oben. Da kommt noch ein Racer da oben. Ich probier's einfach mal. Der Spino hat aber rein. Ja. Nice, ja dann mal abbauen hier. Element, 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 Element. Ach ja, gar doch, ich hab da noch was für dich. Oh, okay. Element, oder was? Ne, Spitzhacke und außenrum erstmal das Zeug abbauen. Ja, außenrum. Keiner wird weiter. Ich hab hier mal grad schnell Kettensäge. Ne, das geht nicht. Ja, okay. So, man sieht, das Ding lohnt sich. Und zwar richtig. Auf jeden Fall. Also das kann man halt auch easy mit drei, vier guten Spinos schaffen. Dafür braucht man keine Gigas nicht. Das Leben war nicht das Problem, aber die Menge, weil das das Leben haben. Leid, wie ich mich gerade kurz umgeguckt habe. Wenn bei dir zwei Spinos gestanden hätten, die da vor allem im Wasser hier den Buff noch kriegen, das ist halt insane. Was? Die Element Notes hier. Von 1000 haben die noch 200 übrig. Ja, das könnte sein, dass der Gigamanns übergelaufen ist. Das Wichtigste ist eigentlich, dass sie überlebt haben, oder? Ja, wobei halt das ja... Je besser, desto geiler halt, ne? Wir haben halt auch irgendwie 15, 20 von den Dingern weggeklöppelt. Die Mitte ist auch gut angehittet, glaube ich. Ja, ich sehe auch gerade schon wieder, das ist jetzt eigentlich auch schon wieder kurz vor 12. Ich bin schon wieder seit, ja fast 6 Stunden am Streamen. Also ich glaube, wenn wir die Element Note hier durch haben, dann werde ich auch langsam machen, dass ich auch mal Abgang machen hier on Stream. Und ich weiß gar nicht, wie sieht denn das morgen aus, Gato? Hast du davor, morgen zu streamen? Ja, aber wahrscheinlich nicht so spät, wenn dann. Insofern mein PC mal wieder so kraft. Ja, weil sonst würde ich sagen, also ich denke zwar, ich bin auch mit am Start, aber... Da ist alles aus dem Domad gebaut. Nein, hier ist noch jede Menge. Soll ich keinem bei Paulin helfen? Kannst du mal nochmal bei Gato reingucken? Kannst du dich machen, Donald. Okay. Ich bin eigentlich... Ich finde das echt angenehm so, in dem Abwechsel. Ja, als eine Person vertreten. Gato? Ah, jetzt ist er schon wieder weg. Ja, dann machen wir gleich. Was auch immer du für mich hast. Komm, was macht man am Ende? Teilt man das auf, oder behält jeder das? Dass er eigene damit hat? Wenn... Wenn ich zufrieden ist, kann man ja was abgeben. Ja, das Ding ist halt... Wir haben alles abgebaut, oder? Ja, das Ding ist halt... Die große hier. Haben wir noch ein paar. Ja, ja. Die bauen wir gleich ab, wenn wir... Außen sind noch ein paar. Wenn alles außen weg ist. Haben wir außen jetzt alle? Dann? Ne, immer noch nicht. Da vorne ist das hier noch, oder? Ne, das ist es nicht. Ich glaube, jetzt haben wir fast alles, oder? Ja. Das müssen wir letztes, dann wo da gerade einer rauf hat. Wir haben die drauf. Da haut irgendwas. Ja, jetzt ist es wohl. Ich glaube, das ist alles. Haro, könntest du aufhören, die Mitte jetzt schon abzubauen? Also... Aber jetzt würde ich sagen, Mitte. Ich hau mal hier hin, oder? Hast du gerade die halbe Mitte schon komplett abgebaut, Pharao? Alter. Hä, ja, die war doch schon gedamaged, oder? Weiß ich nicht. Der stand hier schon eine ganze Weile und hat drauf reingeschlagen. Ja, das war anders. Ja. Äh... Nicht, dass wir jetzt einen Drop in die Fresse kriegen. Ah ja. Stop. Weg hier. Lieber in Sicherheit. Wo ist denn mein Giga hin? Ja, mein Giga ist nach Hause. Sag da hin. Erstmal gut und günstigen Abgang machen hier. Ja, hab ich mir auch erdacht, außer aus der Mitte. Machen wir denn nach vorne den auch noch, oder nicht? Ja, ok, dann machen wir die andere auch. Da ist noch einer. Ich bin überladen. Äh, ja, wieviel Element habt ihr hier so? Also ich habe jetzt... Hat er echt gesagt, sofort... Von vorhin noch 200 und jetzt wieder 400 bekommen. Ich habe... Ich habe... ...330. Ich habe 100 bekommen. Lock. Ok, ich glaube ich habe am meisten bekommen. Ich habe... Ja, du hast auf die Mitte, da. Du hast gerade... Die Hälfte der Mitte schon abgebaut. Das war ja das, was gecallt hat. 1.100. 1.100. Und dann hat er noch richtig viel... ... gegen das. Er hat... Er hat... Ich sagte ja. Er hat die ganze Zeit auf die Mitte eingeschlagen. Keine Ahnung. Du hast halt absolut mehr als... Ja, also... Ich meine... Erst zusammen und dann... Nach welchem Minus meinem. Ich habe 14 und Element das und Scherben irgendwas. Ja, ich rechne mal gerade kurz alles zusammen. Äh... Sagt einfach jeder so, wie wir im TS sind, wie viel er hat. Also... Ich fange an, weil ich bei mir oben im TS stehe. Ich habe 330. Miau.